Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, die Corona-Pandemie stellt uns alle vor extreme Herausforderungen. Wir haben brutale Wochen hinter uns und sicherlich noch schwierige vor uns. Die Firma Schöffel mit ihrer 216-jährigen Geschichte hat zwei Weltkriege und Währungsreformen überlebt. Die Sportbekleidung dieser Teil von unserer Firma wurde während einer Krise geboren. Dann 1967 stockte der Straßenhosenverkauf und mein Vater Hubert, ein begeisterter Outdoorer, hat sich auf die Produktion von Wanderhosen konzentriert. In jeder Krise steckt auch eine Chance. Ich bin überzeugt, wir Familienunternehmen stehen für Partnerschaft. Partnerschaft mit unseren Kunden, mit unseren Mitarbeitern und unseren Lieferanten. Und so werden wir auch diese Krise bewältigen. Uns als Firma Schöffel hat seit jeher ein Leitfaden getrieben. Nämlich, dass die Familie Schöffel für die Firma da ist und nicht die Firma für die Familie. Dieser Leitspruch war nie wichtiger denn jetzt. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen den Mut, die Zuversicht und die Gesundheit, Ihr Unternehmen auch aus dieser Krise herauszuführen und letztlich gestärkt neue Chancen zu ergreifen. Herzlichst, Ihr Peter Schöffel. Du bist in der Freude. Schön. Du bist in der Freude. Schön. Du bist in der Freude. Schön. Du bist in der Freude. twelve.